Nach einem Einsatz erwartet Kriminaloberkommissar Bora Aksu und Kriminalkommissar Tom Jankowski zunächst ein Notfall. Ein junger Mann wird Opfer einer Pfeilattacke. Hallo! Hilf mir doch bitte jemanden! Ich kann mich verletzen! Wie geht das? Wie geht das? Halt mal festhalten. Ruhig, 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 ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Übernimm mal, übernimm mal. Was ist passiert? Mein bester Freund und ich, wir waren auf dem Weg hierhin und irgendwie wurden wir plötzlich mit Pfeilen beschossen. Dem Ersten konnten wir noch ausweichen und der Zweite hat getroffen. Wo wurden Sie beschossen? Da vorne an der Kreuzung. Hier vorne an der Kreuzung? Ja, genau. Wir waren schon fast hier eigentlich. Die Kriminalisten schicken Kollegen der Wache zum Tatort. Sie sollen dort nach dem Schützen und Hinweisen auf die Tat suchen. Während der Verletzte von Sanitätern versorgt wird, erfahren die Ermittler, dass eigentlich seine Begleiterin bei der Polizei Hilfe suchen wollte. Sie sagten gerade, Sie wollten sowieso hierher. Weshalb wollten Sie hierher? Ja, ich habe im Moment so ein bisschen Probleme und dann habe ich gedacht, ich komme lieber mal vorbei und mein Freund wollte mich halt unterstützen. Was sind das für Probleme? Ich habe im Moment so ein bisschen Probleme auf der Arbeit. Ich bin Bademeisterin und ich habe in der Zeit so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, es sind jetzt Anschläge, aber ich erlebe viele in meinem Beruf, sagen das mal so. Und so langsam geht es halt einfach ein bisschen zu weit. Es sind jetzt einfach keine Streiche mehr. Eine Sekunde, ganz kurz. Ist Ihnen irgendwas noch eingefallen, was wir die Kollegen draußen vor Ort nochmal sagen können? Wie der Täter ausgesehen hat? Ein Kennzeichen vielleicht? Gar nichts, gar nichts. Aber vielleicht sollte man, wichtig wäre vielleicht, dass man Faits Sohn Joris verständigt. Er ist alleinerziehend. Seine Frau ist vor zwei Jahren gestorben. Nicht, dass der jetzt sich irgendwie Sorgen macht oder so. Ich weiß nicht. Alles klar. So, jetzt werden wir nochmal konkret. Was sind denn Probleme auf der Arbeit? Ja, also wie gesagt, ich bin halt Bademeisterin und natürlich sind nicht immer alle Badebesucher damit einverstanden, wie ich da meine Regeln setze. Aber ich habe jetzt zum Beispiel in letzter Zeit, ja, also erstmal zum Beispiel habe ich, da sieht man glaube ich noch ganz gut, hat mir irgendjemand wohl was ins Shampoo getan. Ich hatte auf jeden Fall nach dem Duschen einen ganz schlimmen Ausschlag. Drehst du mal den Kopf zum Fenster? Für Tom Jankowski ist das ein klarer Fall von Körperverletzung. Der Kriminalkommissar ermittelt, dass zudem Kleidungsstücke der Bademeisterin zerschnitten und Fotos verunstaltet wurden. Bedrohlich sind vor allem Nachrichten, die der jungen Frau in ihren Spind gesteckt werden. Ja, und dann habe ich halt noch, habe ich halt sowas hier noch gefunden. Haben nur Sie das angefasst? Darf ich mal direkt fragen? Ja, also ich habe das meinem besten Freund auch gezeigt natürlich. Also der wollte ja deswegen auch nicht mehr. Der Feind. Genau. Genau. Aber, ähm, so, aber ob das jetzt, äh, wehe dir, wenn du duschen gehst. Das sind die Drohbotschaften, die uns die Dame aus dem Schwimmbad hier vorgelegt hat. Ähm, wir nehmen sie sehr ernst, denn einfach einen Streich oder jemand zu machen und jemanden ärgern zu wollen, da macht sich heutzutage doch keiner mehr die Mühe, Buchstaben einzeln auszuschneiden, aufzukleben, ähm, um eventuell seine Spuren zu verwischen. Das ist ein Stilmittel aus alten Hollywoodstreifen. Und für uns doch sehr ungewöhnlich, dass sich jemand diesen Aufwand, äh, für so eine Geschichte hier betreibt. Ich habe halt auch schon mal manchmal ein paar Probleme mit, mit Badegästen. Auf jeden Fall, klar. Ja, das ist, äh, das ist so eine jugendliche Gruppe. Äh, ich kenne auch die Namen gar nicht alle. Ich weiß, dass der, ich glaube, es ist der Anführer, ich bin mir noch nicht ganz sicher, der nennt sich Sören. Ich glaube, Kaluga. Kaluga? Sören Kaluga? Ja, ich glaube, ähm, ich kenne nicht alle mit Namen. Und, ja, die haben halt, dieser Sören hat halt auch mal versucht, sich ein bisschen an mich ranzumachen, sage ich jetzt mal ganz salopp. Und, ähm, natürlich bin ich da nicht drauf eingegangen. Und, äh, seitdem habe ich halt das Gefühl, dass er einfach auch ein bisschen negativ mir gegenüber auftritt. Also, also, den einzigen, den ich gefunden habe, ist ein Sören Kulaga. Ah, Kulaga, Kulaga. Kann das, passt das? Das passt auch, ja, genau. Der steht wohl so ein bisschen aufs Ohren schießen. Ja, doch, das ist er aber. Das, das erkenne ich. Gut, okay. Jetzt würden Sie draußen nochmal einen Augenblick Platz nehmen. Das, das würden wir gerne behalten, untersuchen. Ja, da würden wir mal gucken, ob wir da vielleicht ein paar Fingerabdrücke drauf finden und so weiter. Okay. Und, ähm, dass Sie jetzt erst mal sich nochmal um Ihren Freund kümmern da draußen. Ja, auf jeden Fall gerne. So, sag mal, was ist denn das für ein Typ? Das ist der hier offensichtlich, das ist ja, äh, also, also, der, den wir halt suchen, die Ähnlichkeit ist ja da. Ja. Das Bild ist vor zwei Jahren gemacht worden, aber hier, die, also, ja, die Bereiche im Gesicht, die markanten Punkte, die, äh, passen auf jeden Fall. Passen auf jeden Fall. Wir haben hier Anzeige wegen sexueller Belästigung. Zweimal. Aber, gut, äh, gab's noch kein Urteil, weil er wahrscheinlich zu jung war, was halt auch immer. Also, als gewalttätig ist er hier deklariert worden. Und, ja, hat auch hin und wieder mal lange Finger. Hm. Okay. Indizien vom Tatort deuten darauf hin, dass der Täter mit dem Motorrad geflohen ist. Die Schutzpolizisten berichten, dass der Verletzte daraufhin angegeben hat, ein schwarz-oranges Motorrad in der Nähe gesehen zu haben. Die Vermutung der Ermittler, der Schütze könnte heute erneut zuschlagen. Tom Jankowski fasst einen Plan. Jetzt mal ganz ähnlich. Wehe dir, wenn du in die, wenn du duschen gehst. Pass auf deine Sachen auf. Okay. Duschen hier, Hals, Shampoo. Ja. Die Uhr schlägt neun auf nach Hause, bevor deine Beine fassern. Boah, was sagst du? Ich hatte heute sowieso Bock, noch ein paar Runden zu schwimmen. Das ist nicht dein Ernst. Na ja, was sagen wir mal. Wir müssen in dieses Schwimmbad gucken, ob die Pipel da sind. Äh, gut, aber wolltest du... Ernst, du willst da... Also, willst du an der Cover dahin? Also, willst du verdecken? Na ja, willst du denn die große Bullen nochmal schieben? Die gehen schön an der Cover? Ich dachte, wir sprechen die an und fragen mal, was Sache ist. Ich glaube, da werden sie uns nichts allzu viel erzählen. Was haben wir für Druckmittel? Wir können sie nicht festnehmen, ja, nix. Also, werden wir mal ein bisschen gucken, ein bisschen lauschen. Die Kommissare mutmaßen, dass es sich bei dem Täter um den Anführer der Jugendgruppe handeln könnte. Vermutlich bedroht er die Bademeisterin aus Rache für ihre Abweisung und wollte die Frau und nicht deren Begleiter mit dem Pfeil treffen. Die Ermittler setzen die Bademeisterin als Lockvogel ein. Zu ihrer Sicherheit postieren sie Schutzpolizisten um das Freibad. Ihr Plan geht auf. Der Verdächtige lässt nicht lange auf sich warten. Dann würden wir schon mal ein bisschen umschauen und Sie machen einfach das, was Sie sonst auch machen. Also, wie gesagt, es dürfte auch niemand da sein. Also, es ist geschlossen, es ist immer ein Team. Falls Sie irgendetwas sehen sollten oder falls Sie sich irgendwie in Gefahr fühlen sollten, dann rufen Sie ganz laut. Also, haben Sie keine Angst davor, dass Sie die Maßnahme kaputt machen? Ihre Sicherheit geht vor? Alles klar, mache ich. Und wenn Sie irgendwie Hilfe brauchen, Fragen oder so, dann machen wir. Das Schwimmbad war hier bei unserem Eintreffen natürlich noch geschlossen, noch nicht für den Publikumsverkehr geöffnet. Wir haben uns aber trotzdem entschlossen, uns schon mal in unseren Dress zu werfen, um natürlich sofort bereit zu sein, wenn hier irgendetwas vor sich geht, wo wir dann schon quasi mit der Umgebung verschmelzen müssen. Also, da ist alles safe, alles zu? Da auch, alles zu. Es gibt einen Eimer voll Verstecker, aber die habe ich jetzt erstmal ausgelassen. Okay. So. Der Egon 1520 für 3210, komm. Ja, wir haben. Ja, hört ihr das auch? Hörst du das auch? Bewegt sich da jemand in Richtung Freibad? Das ist ja natürlich schrecklich. Okay, Funkstelle, Funkstelle. Ich sitz nicht mal da. Der 1520 für 3210. Ja, hallo. Ja, konntet ihr unsere Zielperson erkennen? Einer von denen schien ja unser Kuhlager, glaube ich, zu sein. Könnt ihr das bestätigen? Nein, das ist negativ. Wir haben die nicht gesehen, wir haben sie nur gehört. Hier ist das Kuppelschleiter noch dazwischen. Ja, okay, habe ich mit. Nein, 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 nein. Die Kriminalbeamten nehmen an, dass der Knall aus Richtung der Umkleideräume kam. Dort könnte sich auch die Schwimmbadangestellte aufhalten. Polizei! Polizei, Polizei, Polizei! Wir haben Schusswaffe! Ganz ruhig! Okay, machen Sie auf sich aufmerksam. Wo befinden Sie sich? Wo sind Sie? Hier, 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 hier drin. Hier drin. Ich stehe die Schwestenspiegel. Hey, hey! Runter! Alles vereinlassen. So, Schritt vor. Vor, kommen alle drei. Ist sonst noch wer da drin ist? Nein! Sonst noch jemand da? Nur hier drei? Komm, runter, 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 runter. Runter, runter. Unter den Jugendlichen ist auch der bereits vorbestrafte Hauptverdächtige. Mit der vorläufigen Festnahme des Trios ist der Fall für die Kriminalbeamten allerdings noch nicht gelöst. Was ist denn hier los? Ja, wir haben gekriegt, aber mit dem Knall haben wir nichts zu tun. Wir haben nichts gemacht. Ja, wo kommt der Knall denn her? Keine Ahnung. Was waren wir denn aus? Das wart ihr nicht? Nein. Außer euch ist doch niemand da oben. Ja, wir wart es aber nicht. Wir wart es wirklich nicht. Okay. Und was habt ihr mit der Frau hier zu tun? Vor allem du? Ja, okay, sie hat mir letztens einen Korb gegeben und ich hatte ein bisschen so einen Hass auf sie. Aber ich habe nichts gemacht. Ich würde keinem Menschen was antun. Wie? Nichts gemacht? Ja, ich habe überhaupt nichts gemacht. Was machst du denn hobbymäßig? Ja, ich schieße Armbrust. Ein bisschen Armbrust? Ja. Okay, und wo sind Sie heute Nachmittag gewesen? Unterwegs war ich. Womit sind Sie denn unterwegs? Auto, Motorrad? Ich bin zu Fuß. Zu Fuß? Nein, ich habe niemandem etwas getan. Was hat das denn mit der jungen Dame hier zu tun? Nein, ich habe nichts getan. Ich würde niemandem irgendetwas antun. Verkommen Sie mir doch. Ein bisschen Party hat doch gemacht, oder? Ja, wir haben ein bisschen Joint geraucht, okay? Aber komm, sprich mal in ganzen Sätzen. Ich weiß, Kiffen macht doof, aber... Ja, wir haben niemandem etwas getan. Sie müssen uns glauben. Ja, über die Armbrust sprechen wir gleich mal am besten mal. Nehmt ihr die drei mit? Kriegt ihr das hin? Ich muss da mal Verstärkung noch. Nimmst du die auch noch mit? Ja. Flieg nicht so hoch. Wir gehen uns oben nochmal umgucken. Ganz kurz bevor wir hier mitnehmen. Sören, ich frage dich jetzt nur ein einziges Mal, das kriegen wir sowieso heraus. Hast du dir heute Mittag die junge Dame mit der Armbrust attackiert oder nicht? Nein, ich habe wirklich nichts gemacht. Wo ist denn deine Armbrust? Sie wurde mir geklaut. Wann? Ich kann es Ihnen beweisen. Ich habe das auch gemeldet letzte Woche beim Verein. Ja, Sie können da nachfragen. Sie wurde mir geklaut. Und wer hat die geklaut? Weißt du das? Ich weiß nicht von wem, aber sie wurde mir geklaut. Ich würde nie irgendjemandem etwas tun. Okay, überprüft das mal. Ob die geklaut wurde, gibst du uns gleich per Punkt Bescheid, ob das so stimmt. Die Kommissare halten das Trio für glaubhaft. Sie wollen weiterhin auf dem Gelände ermitteln, um den Täter zu überführen. Die Kriminalisten vermuten, dass er der Bademeisterin mit Böllern einen Schrecken einjagen wollte. Der Täter greift allerdings noch zu drastischeren Mitteln. Was haben wir denn hier? Nee, hier ist alles gut. Also hier liegt Seife. Hä? Der ist auch ein bisschen ausgelaufen hier. Meinst du das von einer Putzfrau, oder? Würde ich erst mal denken, dass ich das vergessen habe, oder? Seife? Hier? In der Unten der Kabine. Die Knallerei sammeln wir nachher. Ich habe jetzt keine Tüte mit zum Sichern. Oh, okay. Was ist denn da los? Da schreit ja jemand. Was wollen Sie da? Alice! 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 Alice, was ist da? Lily liegt da oben, eine Freundin von Valtzlohn. Ja, 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 dann bleiben Sie mal da. Warum denn? Ich muss mir helfen. Nee, Alice, Alice, nicht höher, nicht höher. Kommen Sie mal ganz langsam runter. Ich habe da eine ganz blöde Vermutung. Nicht, dass Sie das mit Seife runterkriegen. Es kann sein, dass die Stufen präpariert worden sind. Kommen Sie da ganz langsam runter. Kommen Sie bitte langsam runter. Wir kümmern uns sofort, wenn Sie unten sind. Ich muss nach unten. Ja, Alice, ruhig, kommen Sie runter. Was haben Sie da? Was haben Sie da an den Händen? Das ist so ganz glitschig. Ja, kommen Sie langsam und vorsichtig runter. Tom Jankowskis Verdacht? Der Knall war nur ein Ablenkungsmanöver, um die Stufen des Turms mit Seife einzuschmieren. Die Ermittler schätzen, dass die junge Frau auf der Aussichtsplattform etwas mit den Angriffen auf die Bademeisterin zu tun haben könnte und sie hochlocken sollte. Wie heißen Sie? Willi Schwarz. Ich habe hier Kabelbinder. Hast du irgendwas dabei? Ja, warte, warte, warte. Können Sie uns sagen, was passiert ist? Nein. Nur Vorsicht. Hassen Sie mal auf die Hände auf. Nein, nein. Hassen Sie mal ganz vorsichtig hin. Ach, danke. Was heißt nein? Ja. Vorsichtig mit den Füßen, nicht die Füße bewegen. Okay, Sie sind los. Ihr Freund? Danke, ja. Wie heißt Ihr Freund? Der. Der. Können Sie aufstehen? Ja. Ach. Ich liege hier schon die ganze Zeit. Ich wollte ihn doch nur vor Dummheiten bewahren. Was für Dummheiten? Welche Dummheiten? Er wollte irgendwas mit der Alice anstellen. Ich weiß nicht. Wie heißt Ihr Freund? Das ist der Joris. Joris weiter? Joris Jupp. Joris Jupp. Und was wollte er hier? Oder was wollte er mit der Alice anstellen? Ich weiß es nicht genau. Ich weiß nur, dass er ihm irgendwas wollte. Und ich wollte davor bewahren. Joris und Jupp überprüfen. Ich wollte nicht, dass zu irgendwelchen Dummheiten kommen. Keine Ahnung. Und dann haben wir uns gestritten. Und dann hat er mich geschubst und hier festgemacht, damit ich nichts tun kann dagegen. Die Kripo-Beamten ermitteln, dass die junge Frau die Briefe an die Bademeisterin geschrieben hat. Sie wollte der Angestellten aber nicht drohen, sondern sie nur warnen, ohne ihren Freund zu verraten. Was wollte er denn genau tun? Was hat er denn da vor? Ich weiß nicht. Er ist auf jeden Fall eifersüchtig. Und weil seine Mama doch gestorben ist. Und es geht ihm gar nicht gut damit. Und er denkt, du willst sie ersetzen. Wie kommt der denn auf so? Ich weiß jetzt nicht. Hast du einen Ausweis bei dir? Nein. Was ist denn da drin? Das ist mein Schlüssel. Was ist denn das für ein Schlüssel? Das ist von meinem Mofa, der Schlüssel. Sie haben Mofa? Ja. Was für eine Farbe hat die Mofa? Schwarz mit orangenen Streifen. Schwarz mit orangenen Streifen. Ich rufe am besten mal Veit an, dass der vielleicht Joris hierher holt. Der muss ja wissen, wo er ist. Okay. Der Joris ist noch hier? Ja. Ach, Joris ist hier? Ja, dann ich rufe trotzdem sofort erst mal Veit an. Ja, machen Sie das mal. Also das hol doch mal die Kollegen ran. Wir müssen die Länder absuchen. Offenbar hat sich der Verdächtige schon vor der Öffnung des Freibads Zutritt zum Gelände verschafft, um seine Tat vorzubereiten. Jetzt gilt es, die Flucht des grublosen jungen Mannes zu verhindern. Komm mal. Hey, Joris. Komm mal her. Ja, da bist du Joris. Komm mal raus da. Du bist umstellt. Komm mal her. Komm mal raus. Sag mal, was ist denn hier los? Hey, 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 bleib mal ruhig. Sag mal, Freundchen. Ist sonst noch jemand hier? Joris? Nein. Du bist alleine? Sicher? Hat man ja noch eine Handfessel? Ich habe euch meine Fonds schon spendiert. Genau, deswegen. Indizien erhärten den Verdacht der Kommissare, dass der Tatverdächtige die Stufen eingeseift hat. Bei der Zusammenführung von Vater und Sohn ermitteln die Kriminalpolizisten, dass ihn ein fatales Missverständnis antrieb. Kommen Sie mal bei. Setzen Sie sich erst mal mit Ihren Beinen. Wie geht es Ihnen denn? Wie geht es Ihnen denn? Ganz gut. Können Sie stehen, laufen? Ja. Fragen Sie uns so, weil wir würden auch gerne wissen, was los ist. Was hast du angestellt? Das Richtige. Ja, was das Richtige. Was willst du mit der Alten? Wie, was will ich mit ihr? Spinnst du jetzt? Wovon sprichst du denn? Sag, was ist los? Mutter ist gerade zwei Jahre tot. Dann kannst du direkt die Nächste anschauen? Wie die Nächste? Was sollst du das? Wir sind nicht zusammen. Wir sind gute Freunde, die unterstützt mich. Joris, wovon sprichst du denn? Seit dem Tod hast du dich so zurückgezogen. Ich habe Hilfe gebracht. Ich komme überhaupt nicht mehr an dich ran. Joris, ich möchte deine Mutter nicht ersetzen. Und die kann auch keiner ersetzen. Ach, hör doch auf, das passt dir gerade recht. Hey, ich setze mich mal hin kurz. Für die Ermittler ist klar, der Täter terrorisiert die Bademeisterin seit Wochen. Der Schuss auf den Vater ist nach Einschätzung der Kommissare aber von einer anderen Person abgegeben worden. Hast du mich abgeschossen? Nein. Du hast doch einen Mofa. Ja. Bist du den gefahren? Ja. Hast du die Amos abgefeuert? Ja. Nein, es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Aber ich wollte ihn davor bewahren, dass er irgendwelche Dummheiten macht. Und eigentlich wollte ich sie treffen, damit sie heute nicht hinkönnen können. Aber dann machst du Dummheiten. Aber wissen Sie eigentlich, was das bedeutet? Ich weiß das. Sie hätten auch nur völlig Fremden treffen können und das hätte tödlich ausgehen können. Ich weiß, es tut mir doch leid. Es war nur so, ich wollte nicht, dass ihm irgendwas passiert. Ich wollte nicht, dass er irgendwelche Dummheiten macht. Ja, aber Sie müssen doch mal nachdenken, was Sie tun. Das ist ja nur unglaublich. Das war doch alles so gar nicht gemeint. Wir haben also zum einen natürlich dieses Mädchen, was mit dem Pfeil auf die Freundinnen oder gute Freundinnen des Vaters geschossen hat, um einfach den Jungen da so ein bisschen aus dem Rennen zu nehmen. Der Schuss ging also kräftig daneben, um das mal so zu sagen. Dann hatten wir natürlich den Sohn des Vaters, der wiederum der Bademeisterin einer auswischen wollte, indem er hier dieses Geländer präpariert hat, damit sie da abstürzt. Letztendlich stehen hier einige Straftaten im Raum. Ob Sie Strafanzeige stellen? Natürlich nicht. Ich denke mal nicht. Aber nichtdestotrotz müssen wir den Sachverhalt erstmal aufnehmen. Wir müssen die beiden befragen, vernehmen. Sie sind beide volljährig, nehme ich an. Ja? Okay. Dann werden wir Sie erstmal dazu befragen. Sie müssen sich nicht mehr zu der Sache äußern. Sie müssen auch keine Aussage tätigen, aber wir nehmen Sie erstmal mit auf die Wache und dann werden Sie erstmal Idee behandelt. Die junge Frau muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung und Diebstahls verantworten. Sie wollte den Verdacht von ihrem Freund ablenken. Deshalb hatte sie für die Tat die Armbrust ihres Bekannten und Verehrers der Bademeisterin gestohlen. Der Täter wird wegen gefährlicher Körperverletzung belangt. Nach einer Aussprache mit seinem Vater bereut er seine Taten aufrichtig.